Ich bin Sandra, ich bin Werkstudentin in der KfW, in der Kommunikation, in der Bildredaktion und hier kümmern wir uns vor allem um die Organisation von Fotoshootings und um jegliche Bildanfragen. Ich bin die Mala, ich bin in der Social Media Redaktion der Konzernkommunikation. Meine Aufgabe ist hier die Betreuung von den Social Media Kanälen zu unterstützen und da konzentriere ich mich persönlich vor allen Dingen auf Instagram. Gerade die Storys, die bringen wir jeden Freitag raus. Da macht es super viel Spaß, auch ein bisschen kreativ zu sein, aber wir betreuen auch die Kanäle Xing, LinkedIn, Twitter und YouTube. Meine Hauptaufgabe ist gerade die Organisation unseres nächsten Social Media Walks in der Villa 102. Ich finde es in der KfW ganz schön, dass man wirklich auch das eine Ziel hat. Man hat nicht immer wieder jede Woche einen anderen Kunden, für den man sich einarbeiten muss, sondern man hat die KfW, man identifiziert sich mit ihr und kann für sie halt kommunizieren und Werbemaßnahmen treffen. Ich habe mich für die Werkstudententätigkeit bei der KfW entschieden, weil es mir Spaß macht, in einem großen Unternehmen mitzuarbeiten, was aber auch nicht nur profitorientiert ist, sondern auch gesellschaftlich was tut und nachhaltig ist und Ziele verfolgt, die ich mit meiner persönlichen Einstellung gut vereinbaren kann. Studieren und arbeiten parallel klappt bei mir ganz gut. Das liegt andererseits darin, dass ich im Studium schon relativ weit fortgeschritten bin und natürlich auch an der KfW bzw. meinen Betreuern, weil die sehr flexibel sind, sie lassen mich entscheiden, wann ich reinkomme und wie viel ich arbeite. In der KfW arbeiten absolut nicht nur Banker. Allein wir hier in der Kommunikationsabteilung haben Fotografen hier sitzen, Journalisten, Digital Natives. Das ist hier ganz wild gemischt und auch gut so. Das ist hier ganz wild gemischt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020